Es gibt ja viele Arten von Motorsägen. Und dann gibt es noch diese hier. Für den gewöhnlichen Gebrauch sind diese Sägen aber nicht gedacht. Für eine einzige Person wären diese Exemplare auch viel zu groß und schwer. Bei verschiedenen Holzfällermeisterschaften wird hier wahre Power präsentiert. Bei einer Art des Wettkampfes geht es darum, wer den Baum zuerst durchsägt. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Motorsäge mit einem V8-Motor aufgemotzt wird. Also nicht nur was für Technikfreaks, sondern auch was für die Ohren.